So, jetzt haben wir aber noch niemanden live, jetzt warte mal, oh, Schauspielungspannung ist. Also, was möchtet ihr der Welt erzählen? Oh, oh. Also, liebe YouTube-Community, hört dem Herrn Scherzer exakt zu, es geht ihm nämlich um sehr wichtige Sachen wie Öl im Auto, Nachpolizei und so. Schaut euch mal an, die Hexe. Eine Hexe! Wer ist das, Fabio Junior? Und das hier? Eine junge Hexe, ja. Hier, Mama, Mama. Luka Kuka. Aber kein Mensch hat uns sauer, wir müssen lieber zu Facebook gehen, da schauen uns viel mehr Leute dann zu. Aber nicht, dass sie es wieder verliert, schau doch, hat sie wieder... Okay, aber wir müssen da irgendwas noch geils machen. Okay, ja, schau doch, wir müssen so ein Hohn. Was könntest du machen, hm? Du könntest... Du könntest, äh... ...Igern ein Lied singen. ...der singt was. Live übertragen, dann müsst ihr schon was singen. Kennt ihr irgendwelche coolen Lieder heutzutags? Ich kenne es, aber ich... Sing the faith. Nein, wir machen das jetzt hier aus damit schaut es nämlich kein